Ach komm schon, das ist doch unfair. Der war wahrscheinlich auch noch aggressiv. Irgendwie, ich weiß nicht, gerade läuft es nicht so, wie es laufen sollte. Ach komm, mach hin. Beine habe ich immer noch nicht gemacht. Naja. Da, sozial, positiv, los. Auf geht's. Auch wenn es nur sechs Punkte dafür gibt. Irgendwoher muss ich ja die Punkte bekommen. Ja, die sind ja immerhin zu zweit, von daher. Aber es hat funktioniert. Von daher ist das doch schon mal ganz gut. Gut, dann kann ich zumindest mal gegen zwei Jungs anstinken. Hoffe ich doch zumindest mal. Die können auch nur tanzen und singen, oder? Ähm, sehr schön. Ähm, einen kann ich noch, ähm, na, singen. Und nochmal singen. Das war ja einfach. Okay, was ist da oben? Da scheint es auch hoffenweise Skelette noch zu geben. Das sind echt eine Menge Skelette. Da frage ich mich, was da oben haust. Ist das so... ...viele sein können? Aggressiv, 30 Leben. Hm. Eigentlich das, nicht das unbedingt, was man erwarten würde. Oh. Ah, Wein. Was denn das? Ach so. Noch Viecher. Okay. Ähm. Noch haben sie mich nicht bemerkt, obwohl sie so aggro sind. Ah, jetzt. Ich werde jetzt sogar angespuckt. Und jetzt kann ich weglaufen und gucken, dass ich das überlebe. Bezaubernstufe 4. Sehr schön. Äh, die sind neutral. Ich hoffe mal, die verfolgen mich jetzt nicht. Dann kann ich mich hier irgendwo mal zwischen den Neutralen ein bisschen rumtreiben. Und die hoffentlich... ...überzeugen. Wie sind die denn? Stufe... ...Stufe 3 schon. ...oder, mit 3 Partnern besser wahrscheinlich. Äh. Ist das blöd. Und die hier? Äh. Auch wahrscheinlich schon. Auch Stufe 3. Auch Stufe 3. Man kann es ja trotzdem mal probieren. Wo haben wir denn da ein Baby? Das geht auch am schnellsten normalerweise. Tanzen. Okay. Jetzt können wir eine Pfeife rauchen. So. Aufmachen. Gucken. Die können nur beißen. Da hätte ich ja mit... ...Stufe 1 beißen und schlagen. Stufe 2... ...kaum eine bessere Chance. Oh, die sind auch noch neutral. Wie schön ist das denn? So viele Neutrale habe ich lange nicht mehr gesehen. Dann kann ich mich dann frei entscheiden, wen ich angreife. Und wen ich fertig machen will. Oh, da ist noch ein... Ja. Oh, da sind sogar noch... Komm, nimm dir das. Lauf nicht 3 Hunden drum rum. Sekunde. Schurke. Hoffentlich kriege ich den mal... ...auf die Reihe. Lass es bezaubern. Naja, da könnte ich gegen abstinken. Irgendwie... ...habe ich das Gefühl... ...das wird nichts. ...neee... ...neee... ...das wird nichts. Das ist ja gut. Ich gehe ja schon. Okay, in der Nähe vom Smiley. Wenn ich mich dann nochmal... ...hätte ich denn Punkte... ...würde ich mich ja weiterentwickeln. Aber ich habe ja keine Punkte. Demnach muss ich meine Leute irgendwie mal... ...wenn es die überhaupt gibt. Ist die schon wieder umgezogen, oder wie? Naja, ich wollte ja eh nochmal... ...die Beine länger machen. Von daher... ...ja, ja... ...einlegen und gutes... ...Beinlänge. ...ja... ...so... ...haben wir es doch schon. Beine länger. Ähm... ...150... ...ist die Frage. Wie viel haben die hier gekostet? 25, das heißt ich kriege... ...wieso kosten die denn dann... ...75 und nicht 50? Naja... ...puff... ...und bleibst du wohl bei Stufe 2 bezaubern? Huh... ...na dann... ...na dann. Aha... ...da sind doch mal mehrere. Das ist doch schön. Ah, es ist kursierend. So, dann nehme ich zwei von meinen Jungs mit. ...und dann... ...sollte ich die ganzen... ...sollte ich da zumindest mal was positiv hinbekommen. Ähm... ...hier war irgendwo der Schurke unterwegs. Hoffe ich zumindest. So, ein Stock, kein Skelett. Der Schurke muss irgendwo... ...hier gewesen sein. Ne, da. Eher in jeder Richtung. Das ist eine vergammelte Frucht. Nee. Moment. Die waren auch aggressiv. Irgendwo... ...in der Richtung war ich unterwegs. Jetzt nur die Frage... ...die Schurken haben ja ein größeres Gebiet... ...als ich normalerweise. Sind meine Jungs denn da? Da rennt einer von meinen. Okay, dann rufe ich mal die Kollegen zur Hilfe. Dann wird hier mal ordentlich Stimmung gemacht. Was ist das denn? Das ist Tanzen. Oh, da ist ein Schurke, der mich gerade... Äh, Entschuldigung. Dann tanzt. Und ich tanze auch. Sehr schön. Und noch einmal tanzen. Und noch einmal tanzen. Okay. Und dann habe ich 100 DNS-Kunkte bekommen. Junge. Noch einmal, bitte. Und dann habe ich dich als Partner. Na, komm. Das kriege ich auch noch hin. Ja, genau. Ich bin jetzt von Partner-Kill. Und der letzte Rest noch. Ja, wir haben ihn. Wir haben ihn. Und jetzt... Geht. Yay. Jetzt kann ich noch... Ein bisschen essen. Was ist das denn? Hm. Okay. Wo ist denn der Kollege Schurke? Liegt er sich schon wieder mit jemandem an? Oder was ist das? Ne, da unten ist er. Hm. Pflanzenfresser. Nein, 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 nein. Nein. So. Das wollen wir. Und er sinkt. Da könnten wir eventuell... Ach, ist ja tanzen. Okay. Ich glaube, dagegen können wir nicht anstehen. Nee, tut mir leid, das klappt gerade nicht. Irgendwie sind die... Was haben die denn? Singen und Tanzen Stufe 3. Hm. Da komme ich nicht weit. Allerdings habe ich jetzt 149 DNS-Punkte. Was bedeutet, ich könnte mir theoretisch jetzt mal... zumindest... etwas Neues hinzufügen. Wenn denn dann mal wieder was da wäre. Ja, Leute, ähm... Das ist mein Nest. Wo sind meine Leute hier? Was ist das denn? Oh, okay. Das... Fliegen... Brocken vom Himmel. Ich bleibe... Ah, ha. War halt eben unterwegs. Geflohen vor dem... Magel, oder was? Ähm... Oder dem Steinschlag. Je nachdem. Mond... Mond tauschen. Singen. Vier beißen. Eins. Und... Der Ruf... Füllt die Partner. Nee, so war schon ganz cool. Ah, machen wir den. Nicht ganz so... Klein... Ein bisschen breit machen. Gut, ähm... Hände. Was haben wir denn da noch im Angebot? Posieren Stufe 4. Das ist doch schon mal schön. Füße. Können wir da auch noch was haben? Ähm... Tanzen Stufe 3. Schleichen. Sprinten. Na. Damit kann man doch leben. Ähm... Bleibt mir aber nur... Na gut, aggressiv bleibt mir dann nur beißen. Ah, das kriege ich dann später noch mal hin. Im Moment... Ist ja jetzt noch nicht wurscht. Ich meine, wir sind ja immer noch... Ach, im Moment sind wir auf dem Weg zu sozial. Von daher... Ach, von sozial kann man eben ganz schnell runterkommen. Demnach. Ähm... Gut, dann... Nehmen wir noch mal einen von meinen Alpha... Mit... Wenn es denn dann da irgendwie Alpha gibt. Glaube nicht. Sehr schön. Ein neuer Partner. Mittlerweile 33 Leben. Also es wird so langsam. hoffentlich können wir dann nochmal drangehen, hier die Nächsten irgendwie zu überzeugen. Ähm... Nachdem, wo die Nächsten eben sind. Da waren noch welche. Die sind... Neutral. Sehr schön. Könnten wir... Jetzt kriegen... Ach, Tanzen und Singen hat so 3, gell? Singt mal schön. Ich bin mittlerweile auf 4. Dann noch einmal. Okay. Dann nehmen wir mal uns den Kleinen vor. Ich will nicht andauernd durch den Weg hier. Ja. Na, was macht ihr? Singen wahrscheinlich, gell? Na, da kann ich ganz gut mit dir halten. Tanzen. Na, okay. Können wir hoch. Den nach. Jetzt sind wir auf dem besten Weg, uns in den Ländern zu freunden. Na, auf geht's. Ein bisschen singen. Ein bisschen tanzen. Und noch einmal tanzen. Sehr schön. Dann wollen wir doch mal gucken, was das hier für Kerle sind. Fuh, fuh, fuh. 14. Da hatte ich doch gerne vorher mal die Info. 4, 5, 3, 2. Ach du, Heiland. Da braucht man echt Glück, um die zu bekommen. Die hier sind da nicht ganz so. Ha, 2, 1, 2, 2. Ha, von daher. Die sind nicht so schwer. Gibt auch nicht so viele DLS-Punkte dafür. Aber, naja. Immerhin. Tanzen also. So. Dann. Mal sehen, was kommt als nächstes. Äh, posieren. Sehr schön. Ich glaube, eigentlich mit dem Baby. Ja, genau. Ah, mal tanzen. Okay.